Jeden Tag werden Unmengen an Daten generiert. Von Kurznachrichten auf Twitter über Börsenkurse am Aktienmarkt zu Satellitenbildern für die Navigation. Diese sogenannten Big Data sind mit traditionellen Analyseverfahren oftmals nicht mehr handhabbar. Hier kommt die Querschnittsdisziplin Data Science ins Spiel, denn sie bietet neue Möglichkeiten, um auch aus riesigen Datenmengen Informationen zu extrahieren und Wissen zu generieren. Willkommen im Data Science Center der Universität Bremen. Mein Name ist Lena Steinmann und ich bin hier die Koordinatorin. Als interdisziplinäres Institut unterstützen wir Forschende aller Fachbereiche dabei, das Potenzial ihrer Daten voll auszuschöpfen. Das Data Science Center bietet umfassende Unterstützungsangebote für Forschende und Lehrende aller Disziplinen. Dazu gehören finanzielle Fördermittel, eine leistungsstarke IT-Infrastruktur, Training- und Qualifizierungsangebote, Beratung bei der Etablierung neuer Kooperationen, aber auch Unterstützung bei der Implementierung von modernen Analyseverfahren, wie zum Beispiel maschinelles Lernen. Das Data Science Center agiert als interdisziplinärer Knotenpunkt für die datenintensive Forschung und bietet neue Wege für die kooperative Wissenschaft. Dabei beruht es auf den drei Säulen Forschung, Qualifizierung und Dienste, wobei eine starke interdisziplinäre Zusammenarbeit von Forschenden aus allen Fachbereichen das Fundament bildet. Das Netzwerk des Data Science Centers ist bunt und divers mit Forschenden aus den unterschiedlichsten Fachbereichen, von Mathematik und Informatik über Wirtschaftswissenschaft und Naturwissenschaften bis hin zu den Digital Humanities. Möchten Sie die Zukunft von Data Science an der Universität Bremen mitgestalten, dann melden Sie sich bei uns.